Und weiter geht's mit einer neuen Episode Let's Play Call of Duty Modern Warfare. Okay, wir haben unsere letzte Mission abgeschlossen und weiter geht's jetzt hier mit einem fucking langsamen Ladebalken. Schnell noch. Wie sehe ich aus? Wie einer von den bösen Jungs. Ideal für ihren Geheimauftrag. Also ist Makarov der Preis. Makarov ist kein Preis, er ist käuflich. Er arbeitet stets für den, der am besten zahlt. Vergessen Sie nur Ihre neue Identität nicht, dann bleiben Sie am Leben. Willkommen bei 1.41, eine Einheit der besten Krieger auf diesem Planeten. Es ist eine Ehre, Sir. Wann treffe ich den Rest der Teams? Sind auf einer Mission, sichern ein abgeschossenes ACS-Modul in feindlichem Gebiet. Nasse Füße? Also es ist oft viel zu kalt. Wann? Machen wir mal, bis der fertig geladen hat. Los, 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 los! Ja, 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 hör mal aufnehmen, leck dich, bisschen, bisschen, kommen wir mal. Ah, moin. Oh, geht doch mal wieder. Die Pause ist vorbei, los, los jetzt. Okay, Pause vorbei. Schleim, 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 schleim. Oh, geile Schuhe. Hier bleiben und ich anziehen. Auf mein Zeichennamen. Ach ja, falls irgendjemand was Lustiges sucht, ich empfehle mal The Fellowship of the Vuvuzela. Ich weiß nicht, ob das schon alt ist oder noch relativ neu, aber ich find's so episch. Also Herr der Ringe Vuvuzela-Verarsche eingeben, das ist... Geil, geil, richtig geil. Rauch! Kling! 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 Das Eis bricht. Leider nicht. Ich hab die nicht schon so überholt irgendwie. Ja. Ja, die Sachen, Leute. Lalalala, 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 lalalala. Scheiße, ich muss er wirklich noch machen. Ja, okay, jetzt ist es lustig. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich rette, ich schaff den Sprung nicht. Juhu! Ja, Mann. Gut, dass das Ding mit einem Punt um mein Handgelenk ist. Krass. Die Kraft will ich noch haben. Boah. Okay. Okay. Das war so klar. Okay. Roach. Herzschlagsensor überprüfen. Ich sollte auf der Anzeige erscheinen. Der blaue Punkt bin ich. Unbekannte Kontakte erscheinen als weiße Punkte. Mhm. Ja, dann mal los. Roach. Kein Bock auf dich zu warten an Roach. Du magst zwar mein Vorgesetzter sein, aber... Nee. Lass's mal. Du bist nur gestoppt. Gleiches Spiel wie eben. Ach komm, einmal euch zur Liebe. Wenn das hier mal weiter geht... Sie übernehmen den da links. Bei drei. Eins. Zwei. Drei. Gut gemacht. Oh, One-Shot. One-Shot-Opfer. One-Shot-Opfer. Der Strom wird stärker. Ja. Nicht anfassen. Stromdruck. Gegen rennen. Die Scheiße aus. Okay. Die ist lustig. Wir trennen uns. Mhm. Ich halte mit dem Thermalziel ferner von diesem Kamm aus Wache. Schleichen Sie durch den Sturm in die Basis. In dem Schneesturm sind Sie wie ein Geist. Die Wachen erkennen Sie also erst sehr spät. Augen auf den Herzschlag-Sensor. Viel Glück. Verstecken. Sie haben eine Wache alarmiert. Sie haben eine Wache alarmiert. Sie wurden entdeckt. Sie wurden entdeckt. Sie wurden entdeckt. Sie wurden entdeckt. Unternehmen wie das Geräusch befinden. H Olive elaen. Sie haben eine Wache alarmiert. Aber was ist klar, ein Reden figuriert ist, was sie ja auch verbleiben hat. Sie kann natürlich Lesse sch summers ausw corresponden mit den beiden Häusern befinden. Der Rest hat die Suche aufgegeben und kehrt auf Ausgangspositionen zurück. Da kommt ein Truck. Außer Sichtweite bleiben. Was soll ich denn hier zu erzählen? Lott, die Truckanlage ist am Nordostende der Landebahn. Irgendwie ist das unfair. Wir haben hier 39 fucking Grate in meinem scheiß Zimmer und in diesem Spiel sind es noch gar nicht bis 20. Außer Sicht bleiben. Einer ist alarmiert. Die Einer ist alarmiert. Achtung, der Truck hat angehalten. Vier Ziele sind ausgestiegen und sehen sich hoch. Die Einer ist alarmiert. Wie ist das denn? Hallo, und sich warum so? Kein Kommentar. Noch, oder? Okay. Roach, im Nordosten der Landebahn nach der Tankanlage suchen. Achtung, Ziele aus mehreren Richtungen. Da kommt ein Truck. Außer Sichtweite bleiben. Roach, die Tankanlage ist am Nordostende der Landebahn. Da kommt ein Truck. Außer Sichtweite bleiben. Ich nehme den hier. Ich nehme den hier. Von links hinten schießt du ihn von vorne nach... Okay. Ich muss mich mal beeilen. Ich habe noch 10 Minuten. Lalalala. 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 Das ist die Tankanlage. Oh, yeah. Sie haben sie gefunden. Roach, zurück zur Tankanlage am C4 anbringen. Ja, Mann. Ich höre weitere Funksprüche über den Satelliten. Bereithalten. Aha, der Satellit scheint im Hangar ganz hinten zu sein. Wer fährt dann? Wer fährt dann? Wer fährt dann... Wer fährt dann... Wer fährt dann von mir vor mir da du Arsch? Du wirst da einfach hingeprockt und ich wüsste da hinlaufen. Ah. Ehh. Hhhhh. Bis zum nächsten Mal.